In Lübben haben Anwohner mit Experten von Umweltministerium und Umweltamt über die neu ausgewiesenen Überflutungsflächen diskutiert. Viele von ihnen können nicht nachvollziehen, warum ihre Grundstücke neuerdings darin liegen. Sie kritisieren, dass ihre Häuser an Wert verloren hätten und keine Neubauten möglich seien. Auch die Stadtverwaltung ist davon betroffen. Wir reden ja nicht nur vom Wohnungsbau, ich sag jetzt mal einen Sportplatz oder eine Kita oder sonst irgendwas. Das sind Gebäude, die viel Fläche benutzen. Da sind wir eingeschränkt. Die Flächen sind dann raus und wir müssen uns für die Stadtgesellschaft, wenn wir uns hier entwickeln wollen, wirklich überlegen, wo kann was entstehen. Grundlage für die neuen Hochwasserkarten sind Erfahrungen vom Spree-Hochwasser 2013. Mit den Einschränkungen für bestimmte Flächen sollen mögliche Schäden begrenzt werden.